Willkommen heute und machen wir eine neue Challenge, Caleb und ich. Es geht darum, Scherisch dein Papier. Der Verlierer muss in die eiskalte Pinke jumpen mit Double Front. Das ist eine Challenge. Double Front haben wir noch nie dort runter gemacht. Scheiß kalt, liegt noch Eis dort. Hier. Auf zwei Gewonnene. 1-0 2-0 F***! Er muss die Pinke! F***! No way! Viel Spaß, mein Bub! Ich glaube, er wird ein Bauchfleck machen und wir müssen die Rettung rufen. Aber mehr wird ja nicht passieren. Nämlich! Nice! Let's go! Go goes! Ok, Let's go this. Let's go!